Ich bin Anne Hofmann und bin die Ansprechpartnerin im mobilen Seniorenbüro für die Region Tanna-Hirschberg-Ungefell. Viele Senioren sind in der ländlichen Region nicht wirklich mobil, deswegen kann ich auch zu ihnen nach Hause fahren und sie vor Ort direkt beraten. Wir wohnen hier auf dem Land und da ist es schön, dass es sowas gibt. Frau Hofmann ist ein netter Ansprechpartner, wo man immer gut beraten wird. Jetzt wünsche ich allen Mitspielern mit einem Megalos viel Glück. 10 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 5, 6, 1000 Euro fallen auf die 0137, 10.000 Euro auf die 77391, 100.000 Euro auf die 431420 und den Höchstgewinn von einer Million Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 7085360. Spielen Sie mit und helfen Sie Ihren Mitmenschen. Spielen Sie mit und helfen Sie mit.